Ja, hallo und herzlich willkommen liebe Komite hier bei einer weiteren Folge Station hier ist mit dem Chrissy Schnissi auf der Venus. Ja, ich habe mal die Zeit genutzt jetzt hier zwischen den Folgen und habe mal ein bisschen Material besorgt. Einfach damit wir hier ein bisschen schneller vorankommen. Wir gucken mal, ob das jetzt mit dem, ja mit dem Copper haut das hin. Das ist schon mal gut. Das können wir also genau so schön einschmelzen zu einem großen Copper Stack. Das geht nämlich schneller als mit dem Elektroofen. Wie gesagt, leider geht das nur so, also mit Eisen geht es leider nicht. Das ist sehr schade, aber ja gut, das wollen wir machen, geht ja nicht anders. So, das heißt jetzt haben wir das da. So, als nächstes gucken wir mal, ob wir, ich glaube, das können wir nicht schmelzen. Ne, das können wir nicht schmelzen, da ist der Ofen zu kalt zu. Okay, aber das ist ja auch kein Problem, das kriegen wir hin. Jetzt weiß ich aber nicht, wie das mit Gold war. Ob man Gold jetzt schmelzen konnte, weiß ich nicht. Aber ich glaube, ja, ja, Gold geht auch. Okay, naja, Gold und Kupfer brauchen ja immer am längsten. Also mit am längsten sind nicht die längsten, das stimmt nämlich nicht. Ja, aber ja, okay. So, wir können reincyceln. Machen wir das Licht aus. Und dann machen wir erstmal ein paar Kabel. Und dann, ja, dann machen wir erstmal oben die Sachen dran und dann müssen wir mal gucken, dass wir anfangen, die Atmospheric zu bauen für Stahl. Dann können wir nämlich den Ofen auch ein bisschen mehr anheizen und dann kriegen wir nämlich auch mehr, ja, mehr Sachen da rein sozusagen. So, ähm, also können dann weiterarbeiten, sag ich mal. So, äh, wir wollten herstellen Kabel, Kabelkeuhe. Das ist auch etwas, was ich mir mal wünschen würde, wenn, wenn sie mal sowas machen würden, wie, wie, ähm, ja, wie eine Art Favoritenliste oder sowas. Das wäre geil. Okay, dass man sagen kann, okay, ich habe jetzt die Kabel und Stahlplatten und Wattwissigwatt habe ich als, ähm, Favoriten und die möchte ich dann bitte auch alle ganz oben haben. Ja, das wäre schon cool, wenn es sowas gäbe. So, wir gucken mal, draußen wird es ja gerade wieder hell. Das heißt, wir können das mal, na, obwohl der Akku war leerer, also machen wir es so. So, machen wir mal hier 30 Kabel. Äh, ja, okay, dann sieht das ja eigentlich schon mal gar nicht so schlecht aus. Jetzt müssen wir natürlich langsam, äh, uns ein Greenhouse überlegen, ähm, wie wir das machen. Wie gesagt, da habe ich ja gesagt, da würde ich ein bisschen tricksen, äh, diesmal. Also nicht, äh, bescheißen, schieten, mit Trick 17 arbeiten, so wie wir das jetzt ja so eventuell gerade, äh, dann auch so, äh, dachten, ja. So, auch mit der Thematik hier Filter an und aus machen, ja. Äh, sondern ich möchte gerne die Wintersborn benutzen. Das sind Pflanzen, die, wenn sie, äh, N2 konsumieren, also Stickstoff, und das ist ja hier zum Glück in der Atmosphäre der Venus genug vorhanden, ähm, dann, äh, produzieren sie erstens Sauerstoff und Wasserstoff. Und, äh, und zweitens, äh, produzieren sie dann auch noch, ähm, Kälte. Genau, die sind nämlich dann, äh, die kühlen den Raum dann noch ab und das ist etwas, worauf ich voll Bock habe, ähm, das Ganze mal auszuprobieren. Und das Ganze dann, äh, den Wasserstoff und Sauerstoff dann zu, zu Dings machen, zu, ähm, ähm, zu Wasser. Und natürlich, äh, dann auch die Hitze zu nutzen, eventuell für eine Furnace, ja. So, so der Plan. Ja, gleich wieder runtergefallen, das ist super. So, jetzt haben wir aber hier alles dran, ja, ja, wir haben alle dran. Genau. So, jetzt haben wir zwei in die Richtung, zwei in die Richtung und eine flache noch. Genau, das müsste erstmal reichen. So, und jetzt müssen wir uns nämlich was überlegen, wie wir jetzt zu Stahl kommen. Und zu Stahl kommen wir eigentlich, was ist das hier, das sind die Wände, das ist schon doof, da will ich ja gar nicht hin. Äh, dann bauen wir nämlich jetzt erstmal, dann bauen wir nämlich jetzt erstmal die Atmospherex für die, ähm, ja, für die Furnace. Solar Power müssten wir jetzt genug haben. Ähm, dann bauen wir die Solar Power für die Furnace, äh, die Atmospherex für die Furnace, um dann Stahl herzustellen, um dann eine Stationary Battery herzustellen. Ja, also das ist ja etwas, was wir auf jeden Fall auch brauchen. So, hier mein Drucker Druckrad, das heißt, wir werden hier wahrscheinlich gleich Besuch bekommen. Äh, der sich das, äh, gedruckte abholt, oder die sich das gedruckte abholt, muss ich ja sagen. Die sich dann immer hier vorbeischleichen, das ist immer ein bisschen süß. So, ähm, was wir jetzt aber auch nochmal kurz gucken können, bevor wir jetzt die Sache mit dem, mit der Atmospherex machen. Ähm, die braucht ja Eisen, Gold und Kupfer, genau. Da müssen wir jetzt alles zusammensuchen, was wir hier haben. Da haben wir. Ach, ich weiß nicht, warum ich meine Kabel hier schon wieder in der Hand habe. Einbrecher Simulator, ich sag's euch. So, Eisen, Gold und Kupfer, was brauchen wir noch? Wir brauchen noch Kupfer. So, Kupfer haben wir ja, haben wir ja gesagt. Kupfer, boah. So, wir können das Gold auch hier noch reinschmeißen. Das Gold brauchen wir hier auf jeden Fall. Äh, später für Heavy Cable. Heavy Cable. So, Atmospherex geht dort ein bisschen. Ähm, dann könnte man ja schon überlegen, ob man das Ganze mit Insulate Pipes machen muss. Oder nicht. Ja, doch, wir wollen ja außerhalb der Dings bleiben. Wir müssen auch die, ja, ich hab die, ich hab die Furnace verkehrt aufgebaut. Müssen die Furnace nochmal rausnehmen. Äh, weil die Furnace muss eigentlich eingeschweißt werden. Ähm, weil sie sonst die Hitze verliert, die wir brauchen. Naja, ich weiß noch nicht. Und wir haben jetzt nämlich das Problem, ihr seht es ja hier, wir produzieren mehr Strom, als wir brauchen. Ähm, und das liegt einfach daran, dass unsere Solarzellen jetzt richtig loslegen, da oben auf dem Dach. Aber wir können die Sachen nicht speichern. Deswegen müssen wir jetzt zusehen, dass wir Stahl herstellen. Ja, und Stahl können wir nur mit Atmospherex herstellen, weil nur damit kriegen wir das Ding angeheizt. Oder so heiß, wie wir es gerne möchten. So, äh, wir gucken mal, haben wir hier jetzt noch irgendwas drin, was wir dafür verwenden können? Ne, haben wir nicht. Achso, wir müssen ja auch den Dings noch machen, ne? Wir müssen ja den, ähm, wir müssen den, ähm, die Satellitenschüssel noch aufbauen. Weil sonst kriegen wir keine Dagger vorne. Ich meine, mit Sauerstoff geht's jetzt. Wir werden jetzt nicht gleich sterben. Ja, und unser größeres Problem wird wahrscheinlich das Wasser werden, äh, was wir dann jetzt erstmal organisieren müssen. Ja. Ja. Also Wasser brauchen wir auf jeden Fall. Und das kriegen wir halt nur durch Combustion von Sauerstoff und Wasserstoff, der vorher von unseren Pflanzen produziert wurde. Also es ist ein ganz schönes Ende noch, bis wir dann wirklich Wasser haben. Ja. Das dürfen wir nicht vergessen. Also klar, der Konsum ist jetzt nicht so, dass wir, dass wir das gar nicht, äh, stemmen könnten. Aber so, es ist schon krass. So, wir haben eine Atmospheric, wir haben Rohre. Aber ich glaube, ich baue Insulated Pipes. Einfach, um die Hitze nicht zu verlieren an die Umgebung. Äh, Nanu. Ach, Elektroprinter. Ach, Mann, ey. Ich baue die normalerweise mal andersrum auf, deswegen bin ich so ein bisschen, ein bisschen verwirrt. So, Insulated Pipes, da brauchen wir noch Stahl. Ach, da brauchen wir auch Stahl für. Äh, okay. Dann geht's nur so. Ah, dann brauchen wir normale Pipes. Ah, müssen wir normale Pipes bauen. Pipe, 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 Go. Ja, dann müssen wir normale Pipes bauen. Ah, das ist jetzt natürlich blöd, ja. Ich hätte gedacht, das ginge noch so, aber nein. Ja, ja, Oxygen Low. Ist okay. Jetzt ist mal lustig, wie denn das Spiel ruckelt oder backt und dann kommen auf einmal 25 Strippen raus hier. Also 25, die dir dann ins die Sicht fliegen. Das ist immer so schön bei der, äh, bei dem Kanister, bei dem Gas Storage. Wenn der, äh, getroppt wird, dann fliegt der dir erstmal ins die Sicht. Da hab ich mir auch schon mal einen Helm mit kaputt gemacht. War ein bisschen unlustig. Okay, so, Batterien sind alle voll. Das heißt, ja, wir brauchen zeitnah Stahl. Äh, dazu müssen wir dann aber auch nochmal Kohle und, äh, Eisen besorgen. Aber das kriegen wir schon hin. Entschuldige mal ganz kurz, ich musste kurz mal unterbrechen. Ähm, ja, da bin ich wieder. So. Ähm, so, dann bauen wir jetzt hier die Atmospherics hin. Und bei den Atmospherics haben wir natürlich den großen Nachteil. Die säuft natürlich Sprit ohne Ende. Ja, also Strom. Und, äh, da müssen wir denn schon gucken, dass wir da, äh, irgendwie zeitnah, äh, dann auch wirklich irgendwie eine Batterie bauen, ja. Also die Batterien, wissen wir ja selber, die können leider nur mit Stahl gebaut werden. Das heißt, da müssen wir ein bisschen tricksen. So, ähm. Ähm, okay, den Ofen machen wir mal leer. Da ist ja nichts, da muss ja nichts mehr drin sein. So, prinzipiell könnten wir den so einschweißen, glaube ich. Ich glaube, das müsste gehen. Ich glaube, ich habe den so platziert, dass das geht. Aber ich habe wieder einen Fehler gemacht. So, wir brauchen nämlich zwei, mindestens zwei Platten. Und wir brauchen einen Rahmen. Ähm, und diesen Rahmen müssen wir nämlich jetzt hier um die Furnace bauen. Und wenn wir Glück haben, guckt die raus. Ja, die guckt raus. Ah, ja doch, das wird schon irgendwie gehen. Ja. Ja, die guckt raus. Ach, jetzt geht das Licht wieder aus hier. So. Ähm, den könnten wir theoretisch so lassen. Aber, nee, den bauen wir auch weg. Der ist nämlich da an einer blöden Stelle. Ähm, der muss nämlich außerhalb sein. Weil wir müssten dann jetzt hier erstmal noch eine Rohrverlängerung dran bauen. Der muss nämlich außerhalb sein. So, und jetzt können wir mal gucken, dass wir hier die, äh, Atmospherex erstmal hinstellen. Ähm, da bin ich jetzt gerade am überlegen, wie rum das war. Ähm. Wartet mal, wir wollen ja den Heißgastrakt benutzen. Genau. Genau. Wir machen, wir brauchen noch einen Passivvent. Ach, Mensch. Ja. Muss man mal reinzygeln. Das ist das Problem. Man muss ja nochmal rein und rauszygeln. Wir brauchen einen Passivvent. Wir saugen einfach Atmosphäre aus der Umgebung an. Und nicht die Kühlseite, sondern die heiße Seite wird dann in die Furnace geleitet. Und dann, und dann kühlt der die, äh, heizt der die einfach auf. Genau. Das machen wir. So, was ist denn jetzt hier? Oh, ich hab gedacht, was ist denn jetzt? Geht die Tür nicht mehr auf, ey? Passivvent. Hammer. Zur Rohre haben wir noch 14 Stück. Das müsste gehen. Ähm. Jetzt muss ich kurz überlegen. Wir müssen, genau, der Wastegas. Ne, warte mal. Wastegas ist Blödsinn. Hm. Doch, wartet mal. Der Wastegas Ausgang wäre der gekühlte. Also nochmal. Bei der Atmosphäre ist es ja so, wenn ich die Eise kalt stelle, Ja. Eise kalt stelle. Dann saugt sie hier was an und da wird's heiß. Genau. Also müssen wir es so rum machen. Das, was er dann ausstößt, geht hier wieder raus. Und das hier muss dann, ich hasse das, dieses hier hüpfe. Das geht mir auf den Sack. So. Und das muss ja dann quasi, nein. Dann hier zur Furness. Und da weiß ich jetzt nicht genau, ob wir da den Ausgang nehmen können. Ah, ich glaube ja. Ich glaube, das geht. Also ich habe das nicht ausprobiert, ja. Das ist jetzt nur so ein Experiment, ja. Ob das geht. So. Und der, der hier, das ist der Act Defend, der kommt jetzt hier hin. Und die saugt das Gas aus der Furness ab und zieht es durch und macht's heiß. Genau. Und alles, was, na wohl, das geht ja so auch nicht. Dann würde er ja die Gase aus der Furness absaugen und die in der Umgebung pusten. Das ist ja Quark. Ähm. Na, warte mal. Wenn ich den jetzt auch da dran hänge, dann müsste das ja auch gehen. Oder warte mal. Er saugt 400 Grad heiße Atmosphäre an und will die kühlen. Und dazu gibt er hier Hitze raus. Ja, doch. Ja, doch. Das können wir so machen. Das geht schon. Ach, scheiße. Ansonsten muss ich nochmal umdenken. Also das wird wahrscheinlich so sein. Ich glaube, ich habe schon wieder einen Denkfehler, aber ich will die Dings halt benutzen, um jetzt hier, ähm, das Gas in der Furness noch weiter nachzuheizen. Klar, da könnte man wahrscheinlich auch andere Lösungen nehmen, aber ich finde das jetzt erstmal ist eine coole Lösung. So. Theoretisch müsste das gehen. Okay, das geht. So, jetzt füllen wir hier mal ein bisschen Gas ein und jetzt beobachten wir mal, was passiert. Klar wird das jetzt alles hier sprengen und wahrscheinlich wieder in die Kabel verbrennen und was auch immer, aber ist egal. So, jetzt haben wir 3,4 Megapaskal, genau. Jetzt schalten wir das Ding mal ein und gucken wir mal, ob das noch heißer wird. Ja, es wird heißer. Ja, es wird richtig heiß. Die Frage ist, wird die Furness heißer. Das ist ja, das ist ja, das ist ja die Frage. Das ist ja die Frage. Oh Mann, diese Rumpfallerei hier immer, meine Güte. Also die wird heißer hier. Ah, wahrscheinlich muss ich den Eingang anschließen. Ja, 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 warte, 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 warte. Ja, 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 das war hier Blödsinn, was ich gemacht habe, glaube ich. So, und zwar. Wo ist denn der hier? Hier ist er. So. Jetzt müsste er es hin. Oh Mann, ja, ist doch gut, ey. So, jetzt nochmal hier. Den Pupsmackl hier. Ja, wird heißer. Sehr schön, das funktioniert. Ach, ist das schön. Klar, der säuft uns jetzt natürlich die Batterien leer. Klar. Verstehe ich. Aber. Damit können wir jetzt erstmal Strom erzeugen. Und zwar, äh, Stahl erzeugen. Und zwar brauchen wir für Stahl. Äh, brauchen wir einen Stahl. Brauchen wir, äh, eine normalen Furness. Ist ja egal, ist ja immer das gleiche. Wir brauchen 900 Kelvin. Mindestens 900 Kelvin und 1 Megapaskal bis 100 Megapaskal. Also 900 Kelvin müssen wir jetzt hier, hier schaffen. Und, äh, dann müssen wir aber den Ofen zuschweißen. Weil der verliert nämlich jetzt Wärme nach außen. An die Umgebung. 463,7. Okay, warum wird das nicht wärmer? 485 hat sie schon. Gucken wir mal. Da steht immer noch 773. Warum? Da steht immer noch 773. Ich weiß nicht, müssen wir hier noch was reinfüllen? 773. Verstehe ich nicht. Naja, pass mal auf. Wir machen jetzt mal Track 17 hier. Wir machen das mal aus. Wir machen die jetzt mal leer. So, wir machen die jetzt mal leer. Leer machen? Warum, was soll ich? Gehst du nicht leer? Ist doch irgendwas buggy. Hä? Ah, sie ist old. Hier ist was buggy. Warum saugt denn der die Furnace nicht leer? Was ist denn das? Hä? Verstehe ich nicht. Reinpuppen tut er, rauspuppen tut er nicht. Hä? Kann mir das mal einer erklären? Warum nicht? Zieht er sich vielleicht von hier noch Luft von der Außenwelt? Nein, zieht er nicht. Hä? Ich glaube die Furnace ist buggy. Furnace ist buggy. Ich krieg da keinen Druck raus mehr. 5,1 Megapascal. Nö. Der saugt sich nicht leer. Der Drucker druckt schon wieder. Das heißt, wir kriegen gleich wieder Besuch. Hä? Ich bin noch am Ausgang von der Furnace dran. Warum saugt er die denn nicht leer? Ach, das ist egal. Gut, okay. Das scheint buggy zu sein. Dann müssen wir da nochmal irgendwas anderes machen. Kann ich jetzt auch nicht ändern. Tut mir leid. Normalerweise müsste man die Furnace so leerpuppen können. Mit einem. Ah, wartet mal. Wartet mal. Ich glaube, ich weiß, warum das nicht geht. Kann das mal sein. Der macht ja nur 100 Kpa. 100 Kpa Gegendruck schafft er, glaube ich, nur. Und deswegen kann der nicht gegen die... Der kann nicht gegen die Atmosphäre arbeiten. Von der Venus, glaube ich. Oder? War das nicht so? Irgendwie so war doch das, glaube ich. Ich meine, das war so. Okay, dann müssen wir das anders machen. Dann müssen wir hier noch einen Hahn zwischenbauen. Wir haben ja da drin irgendwo einen Hahn. Und noch einen Passive Vent. Dann kriegen wir sie leer. Ja, ich glaube, der kann gegen die Atmosphäre. Der Dings kann ja nicht anstinken, glaube ich. Ich glaube, so war es. Irgendwie so war es. Aber was wir daran aber auch sehen ist, dass wir da keine Kühl... Keine Heizung schaffen irgendwie. Also es ist ja nicht wirklich doll gestiegen. Ja, der Drucker, der spuckt Papier aus ohne Ende. Kannst du dir nicht vorstellen, ey. Wahnsinn. So, entschuldigt bitte. Ja, ich muss hier mal kurz Pause machen, weil die Druckersachen wurden abgeholt gerade, die der Drucker ausgedruckt hat. Und jetzt habe ich natürlich da im Hintergrund gequasselt und habe hier erstmal ein paar mehr Pässe. Fancy Bot. So, was braucht man noch? Wir haben gesagt, wir brauchen noch ein Dings hier. Ein Dings. Hätte mich Dings gerne, kann ich die Welt erklären. Hier so ein Pupsi brauchen wir noch. Und wir brauchen noch ein paar Rohre, würde ich sagen. Weil wir ja natürlich keine Rohre mehr haben, würde ich sagen. So. Ich habe jetzt ein paar mehr Pässe Fancy Bot. Ich glaube, die konnte man inzwischen stacken. Ja, kann man. Also, alles gut. Aber warum das jetzt nicht geht? Ja, ich glaube, das liegt, wie gesagt, wenn ich da eine Volumenpumpe dazwischen mache, würde das bestimmt gehen. Zum Thema Volumenpumpe. Was brauchen die eigentlich? Wir brauchen ja noch zwei. Ui, pass mal auf, wir nehmen eine Volumenpumpe. Ja, wir nehmen eine Volumenpumpe. Das ist geil. Also, zwei Volumenpumpen. Weil eine brauche ich ja noch hier hinten. Eine brauchen wir. Na, jetzt haben wir wieder keinen Platz im Inventar, weil ich wieder einen Haufen Scheiß mit mir rumschleppe. Also, eine brauchen wir hier. Die muss tatsächlich so rum. Und eine brauchen wir dann draußen. So. Jetzt an los hier. Warte, wir machen nochmal das Licht aus. Gucken mal, Batterien sind voll. Das heißt, wir können die mal tauschen. Jetzt haben wir sechs Rohre gebaut. Na, da kommen wir ja nicht mit weit. Mit sechs Rohren hier. Ach, ist egal. Ist egal. Wir probieren es aus. Wir probieren es aus. Hier kommt kein Z-Pressurized. Das brauchen wir nicht. So, also. Dann müssen wir, wenn das der Ausgang ist, dann müssen wir ja hier ein Rohr dran bauen. Ähm, na, na. Hier ein Rohr dran bauen. Dann kommt hier theoretisch. Wir können das mal erstmal ohne Volumenpumpe probieren. Ist denn der blöde Hebel, ey? Ah. So. Und ich weiß nicht, können wir den Passive-Fend inzwischen direkt anbauen? Ja, können wir. Ja, das funktioniert. Wir lassen jetzt erstmal den Druck ab. Weil das geht ja scheinbar. Ja, das geht. Könnte man jetzt natürlich auch gleich in zwei filtern. Ja, dann haben wir es schon. Aber, ja. Machen wir nicht. So, pass auf. Jetzt haben wir hier. Jetzt haben wir das so gebastelt. So, es ist ja ein Proof-Konzept hier. Und jetzt haben wir ja hier eine gewisse Anzahl von Mol drin. Die haben jetzt 467,7 Grad. Wenn ich die jetzt kühle, dann ist die Frage, werden die dann kalt? Ja, werden sie. Okay. Das heißt, wir müssen mal gucken, ob wir die auf 900k hochkriegen. Aber da müssen wir vorher den Ofen noch einschmelzen und Schutz dran bauen. Ne? Aber sieht gut aus. Den lassen wir jetzt mal hier ein bisschen braten. Wir können ja noch ein bisschen reinfüllen. Dass wir ungefähr so ein Megapaskal haben. Ah, es wird ja noch heißer. Also werden wir ja ein Megapaskal locker hinkriegen. Und dann brauchen wir noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, keine Ahnung, zehn Schutz oder so. Damit wir dann in den Ofen quasi Sachen reintun können und rausholen können. Ja, Oxygen Low. Verstehe ich. Kriegst du also eine kleine Sauerstoffkur hier. So. Ne, warte. Das ist falsches Gerät. Das ist der hier. Ähm, Schutz. Genau. Da bauen wir mal ein paar. Wir haben gar nicht mehr so viel Eisen. Oder wo habe ich das hier nie gepackt? Ne, Kupfer hatten wir so viel. Genau. Kupfer hatten wir so viel. Aber Eisen haben wir nicht so viel. So, Schutz. Schutz. So, können wir mal jetzt hier ein bisschen aufräumen. Okay, Passive Vent. Und Dings brauchen wir nicht mehr. Weg damit. Das brauchen wir auch nicht. Weg damit. Brauchen wir auch nicht. So. So, ich gehe mal davon aus, dass wir den eigentlich auch nicht brauchen. So. Jetzt haben wir fünf Schutz. Weiß nicht, machen wir sechs Schutz. Sechs müssen reichen. Wir brauchen eine Ecke. Und ein Ein- und Auslass. Ja. Und wir brauchen... Äh, Iron Sheets brauchen wir. Zum Zuschweißen dann. Haben wir. Und wir brauchen nichts weiter. Ne, das war's. So, komm. Mach hin hier. Druck ist null. Und die... So. Also, wir brauchen jetzt hier eine Shoot. Ähm. Und da würde ich sagen, machen wir dann ein Inlet. Ähm. Wo ist denn hier der Eingang? Ich sehe das Ding nicht. Hier ist ein Inlet. Und hier machen wir dann... Eine Corner. Und zwar hierher. Und noch eine Verlängerung. Und dann machen wir hier ein Outlet. Hm. Ja. Oh, da reicht die Shoot wieder nicht. Ah. Wir müssen noch eine Shoot bauen. Verdammt. Verdammt. Ja. Okay. Dann, äh. Würde ich sagen, bauen wir das noch. Dann schmeißen wir noch zu. Und dann ist die Folge ja schon vorbei. Und dann könnte ich ja zwischen den Folgen, äh, dann mal, äh, Eisen farmen und Kohle, um dann den ersten Stahl herzustellen, würde ich sagen. Ähm. Da haben wir es jetzt mal ein bisschen unkonventioneller gemacht. Äh. Mit den, äh, wunderschönen, äh, Trick, dass wir die Hitze einer, einer Dings benutzen. Einer, äh, Atmosphärex. Denn das ist mir den Tag aufgefallen, als ich mit meinen Atmosphärex rumgebastelt hab, äh, dass die ja eine wahnsinnige Hitze abgeben, die Jungs, wenn sie irgendwas kühlen müssen. Und warum sollte man diesen Energieträger nicht benutzen? Ja. Ja, also quasi diese Art, klar, es sind jetzt wahrscheinlich 6000 Watt Strom, die da durchgepfeffert sind. Aber es kann nicht sein, 6000 Watt, weil dann werden nämlich die Stromkabel durchgeflackt. Also muss das auch irgendwas mit dem Gegendrucken auf der, auf der Seite von links noch zu tun haben. Vom, hier, vom Wäßgas. Ne, muss das was zu tun haben. So, wir gucken mal, wie heiß haben wir es denn schon. 497 Grad, ich lach mich kaputt. Heißer wird das nicht. 771 Kelvin. 73, 74, warum? Ach so, weil der, der pustet das in der Umwelt. Na klar. Na klar. Das kriegen wir gar nicht so heiß. Okay, also da müssen wir noch ein bisschen experimentieren. Das scheint doch nicht zu funktionieren. Ich bin wahrscheinlich an den falschen Struppen hier dran. Aber das werden wir dann sehen. Das werden wir dann sehen. Jetzt machen wir erstmal hier die Chutes fertig, schweißen das Ding zu. Ein Outlet, der kann ja nach unten fallen, genau. So, und jetzt schnappen wir uns hier mal das Ding ins hier und schweißen mal die Dings ein. So. Da ist aber auch nicht was passiert. Jetzt machen wir mal das Licht aus hier, äh, Licht an hier, dass ich was sehe. Und jetzt können wir nochmal gucken hier. Vielleicht kriegen wir nämlich jetzt Temperatur A 757. Sollen wir mal gucken. Aber eigentlich müsste der die jetzt aufheizen. So. Wir gucken mal, wo ist hier unser Ding ins hier. Nein, hat da wieder nicht geklappt. Jetzt fängt es an sich auf zu heizen. Kann das sein? War das, weil wir sie nicht eingeschweißt hatten? 757 Kelvin. Hm. Das verstehe ich noch nicht. Aber wir können ja mal, ähm, wir können ja mal hier ein bisschen Eisen reinschmeißen. Hier können wir mal gucken, was passiert. Ja. Der macht also kein Ingrid draus. Ist noch nicht heiß genug. 714 Kelvin. Ich meine, das wird kälter. Ja. Verstehe nicht, wenn das da jetzt kälter wird, ja. Das ist ja direkt verbunden. Eine Furness hat ja, eine normale Furness hat ja keine Pumpen. Ja. Also das, was am Eingang ist, ist auch am Ausgang. Also müsste ich theoretisch diese Mol, die ich hier gerade heize, die müssten eigentlich genauso geheizt werden in der Furness. Die Furness selber hat natürlich, ist jetzt ja eingeschweißt. Das heißt, sie hat ja eigentlich, verliert sie keine Wärme. Das heißt, ich müsste theoretisch da voll Wärme aufbauen können. Aber kann ich nicht. 714K wird nicht mehr. Verstehe ich nicht. Verstehe nicht, warum das nicht funktioniert. Ich scheine irgendwas zu übersehen. Aber was ist das? Was übersehe ich? Was übersehe ich? So, dass die Welt und die Furness hat 441,3. Die wird nicht heißer. Hm. Okay, dann hat mein Experiment nicht funktioniert. Dann muss ich mir nochmal in den Kopf machen, was ich hier falsch gemacht habe. Möglicherweise verliere ich die ganze Hitze an der Umgebung durch diese Rohre. Es kann natürlich auch sein, dass die Hitze, die ich gerade produziere, hier verloren geht. Aber es ist ja so, hier ist der Eingang und das ist der Ausgang. Und die versucht, ah, warte mal, warte mal, warte mal, nee, 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 ich bin ja verkehrt rum, glaube ich, oder? Muss das nicht dann auch da mit dran? Na, geht ja nicht, sie muss ja irgendwas kühlen. Und das, was sie hier hinten kühl rausschiebt, würde sie ja quasi hier wieder reintun, wäre es ja plus minus null. Ach, ich überlege mir das nochmal. In der nächsten Folge gucken wir uns das nochmal in Ruhe an, ne? Könnt ihr ja mal unter den Kommentaren schreiben. Ihr werdet es wahrscheinlich schon wissen, aber ich muss es halt ausprobieren. Jutti, ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, ne? Bis denn, tschüss. Bis denn, tschüss.